Ja, das Thema Israel geht weiter. Bricht jetzt Krieg zwischen Israel und der Hezbollah aus? Fragt CaspianReport.de Das Interessante ist, die Hezbollah hat Israel schon am 7. Oktober den Krieg erklärt. Also, es läuft die ganze Zeit. Die Leute bekommen es nur nicht mit. Die bekommen es nur nicht mit. Ich meine, ich war Anfang November dort unterwegs. Auch an der Grenze zum Libanon. Augstein, danke schön für den Prenzert. Und aktuell ist es immer extremer. Da fliegen hunderte Raketen pro Tag rüber. Der Landstrich ist menschenleer. Hunderttausend Menschen sind geflohen ins Landesinnere von Israel. Die sitzen jetzt an den Haifa und in Tel Aviv. Und unsere Medien berichten nicht darüber. Nahezu nicht darüber. Das ist ein Problem. Weil die Leute immer glauben, Israel würde irgendwo etwas angreifen. Nein, Israel wehrt sich. Nun ja, wir schauen uns mal an, was sie so dazu sagen. Israel hat Einsatzpläne für einen Krieg mit dem Libanon genehmigt. Der Schritt erfolgte, nachdem die Hezbollah... Das sagt übrigens Al Jazeera, ein Haussender der Hamas. ...Drohnenaufnahmen über der israelischen Hafenstadt Haifa veröffentlicht hatten, die 27 Kilometer von der libanesischen Grenze entfernt liegt. Die Aufnahmen, die tagsüber gemacht wurden, zeigten zivile und militärische Gebiete, darunter Einkaufszentren und Wohnviertel, sowie ein Waffenproduktionskomplex oder Raketenabwehrbatterien. Die Drohnenaufnahmen sollen die Fähigkeit der Hezbollah demonstrieren, die Luftabwehr Israels zu durchbrechen und tief in das Land vorzudringen. Israels Außenminister wandte sich an den Hezbollah-Führer und erklärte, dass Israel kurz vor der Entscheidung stehe, die Regeln gegen die Hezbollah und den Libanon zu ändern und betonte, dass die Hezbollah in einem totalen Krieg vernichtet und der Libanon schwer getroffen werden würde. Das wäre vielleicht sogar gut für den Libanon, wenn sie mal befreit werden von der Hezbollah. Der Libanon ist ja komplett am Arsch. Aber auch nicht nur wegen der Hezbollah, sondern auch wegen der korrupten politischen Kaste. ...gab der Leiter der israelischen Nordkommandos bekannt, dass Pläne für einen Bodenangriff im Norden der Grenze genehmigt und bestätigt wurden. Die Spannungen zwischen Israel und der Hezbollah haben seit Beginn des Gaza-Krieges zugenommen. Genau, hier greift dauernd die Hezbollah an und Israel wehrt sich. Und hier oben war ich, das hier. Das Fleckchen hier ist das Metulla. Das ist so, hier das ist das kritischste Gebiet. Links sind in der Beschreibung. Monate hinweg schwelten die Feindseligkeiten auf niedriger Ebene über die... Das stimmt übrigens auch nicht. Die schwellten nicht. Die Hezbollah hat pausenlos angegriffen. Und diese ganzen Landstriche, alles ist menschenleer. Hunderttausend Menschen sind auf der Flucht. Grenze hinweg. Doch in letzter Zeit hat sich die Lage verschärft. Allein im Juni hat die israelische Luftwaffe mehrere militärische Einrichtungen und Ziele im Süd-Libanon angegriffen, was zum Tod eines hochrangigen Hezbollah-Kommandeurs führt. Sehr gut. Die Hezbollah reagierte mit einem Raketenbeschuss auf Fabriken und Wohngebiete in Israel. Also, Israel greift ja nicht ohne Grund einen Hezbollah-Terroristen an, sondern weil in den letzten Monaten pausenlos Raketen auf Schulen, Kindergärten, Wohnhäuser fallen von der Hezbollah. Israel hat bisher nur reagiert. Nie agiert. Seit Oktober 2023 wurden im Libanon mehr als 400 Menschen getötet. In Israel waren es 25. Ja, aber das ist ja egal. Die Zahl der Toten ist absolut irrelevant. Und in Israel waren es wahrscheinlich 25 Zivilisten. Und wir müssen jetzt mal schauen, wie viele Hezbollah-Leute im Libanon getötet worden sind. Das ist dieser Vergleich mit den Zahlen, das ist halt maximal unseriös und menschenverachtend. Inzwischen wurden im Libanon mindestens 90.000 Menschen vertrieben. Und mehr als 60.000 Menschen wurden aus ihren Häusern in Nordisrael vertrieben. Ja, 100.000. Genügt zu sagen, dass die Situation brennt. Manchmal sogar buchstäblich. Israelische Truppen wurden dabei beobachtet, wie sie mit einem Katapult Feuerbälle über die Grenze in den Libanon schleuderten. Nee, sie wurden nicht dabei. Was ist denn das wieder für ein Framing? Sie wurden nicht dabei beobachtet. Sie haben das ganz offiziell gemacht, indem sie das ganze Gestrüpp und die Bäume abfackeln im Grenzgebiet, damit Hezbollah-Einheiten nicht eindringen können. Das ist ein ganz normales Vorgehen. Kriana, dankeschön. Also das ist übrigens von Tom David Frey sehr, sehr gut eingeordnet. Ach, hier schreibt übrigens ein Teil der Toten irrelevant, voll menschenfachend, schreibt Kapilarsonde. Ja, genau. Wer die meisten Toten Zivilisten erzeugt, der ist ja offensichtlich dann schuld. Dann bist du offensichtlich Anhänger von Adolf Hitler, weil die Briten ja über eine Million deutsche Zivilisten ermordet haben im Zweiten Weltkrieg, oder? Oder ganz gezielt, oder Dresden und so. Offensichtlich ist das ja der Maßstab, den du ansetzt. Dann musst du ein bekennender Anhänger von Adolf Hitler und der NSDAP sein. So, und jetzt setz dich und halt's Maul. Wahrscheinlich, um das Buschwerk zu verbrennen, damit die Feinde leichter identifiziert werden können. Beide Seiten sind kampfbereit und der Krieg rückt näher, ob wir es wollen oder nicht. Kann man nicht einfach andere Meinungen sagen? Nein, du hast doch gerade Adolf Hitler verteidigt. Du hast doch eben gesagt, dass die Briten schuld sind. Heul doch jetzt leise. Hör auf zu heulen. Es ist halt einfach in den Mund, wenn du mit dummen Vergleichen ankommst, wenn du keine Ahnung hast. Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten. So einfach ist das. Und jetzt heul doch nicht rum. Hier ist doch kein Safe Space für irgendwelche Leute, die hier nur, Max übrigens, danke für die 100 Bits, die hier irgendwelche Likes abfahren wollen und Bestätigungen suchen. Dann gehen irgendein Onani-Kreis, aber nervt nicht hier mit so einem Unsinn. Immer sagen, ja, nur Israel, da sterben so wenig. Ja, weil sie ihre Zivilisten schützen. Und deswegen ist Israel also schuld, weil sie ihre Zivilbevölkerung schützen, sind sie die Bösen. Was ist denn das für ein perverser Gedankengang? Dass wir doch wirklich jemand mit uns hirngeschissen haben. Im späten 6. Jahrhundert vor Christus schrieb der chinesische Stratege Sun Tzu in der Nähe der Mündung des Yangtze-Kyang einen seiner bekanntesten Aphorismen. Wer weiß, wann er kämpfen muss und wann nicht, wird siegen. Natürlich, das ist die Kunst des Krieges. Nur in einer Schlacht ziehen, die man auch gewinnen kann. Das wollte jeder gelesen haben. Monatelang entschied Premierminister Benjamin Netanyahu, dass die Zeit für einen Kampf im Norden noch nicht reif sei. Zumindest nicht für einen ausgewachsenen Krieg. Doch diese Politik scheint sich jetzt schnell aufzulösen. Wann immer ein Scharmützel ausbricht, ist Zeit von entscheidender Bedeutung. Je mehr Zeit vergeht, desto mehr eskaliert der Konflikt und desto größer wird die Gefahr eines umfassenden Krieges. Netanyahu und sein Kabinett standen vor der von Sun Tzu gestellten Frage. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um zu kämpfen? Präsident Biden ist ganz anderer Meinung. Seit Beginn des Gaza-Krieges hat Amerika erhebliche diplomatische und militärische Anstrengungen unternommen, um zu verhindern, dass sich die Kämpfe in Gaza auf den Libanon und darüber hinaus ausweiten. Dann muss man übrigens nicht nur die Hezbollah stoppen, sondern man muss das Übel an der Wurzel packen. Ich hoffe, dass das hier auch gleich mal angesprochen wird. Sowohl die Houthis als auch die Hamas, als auch die Hezbollah, der islamische Dschihad und wie sie alle heißen, also diese ganzen Dreckschweine, sind am Ende doch nur der verlängerte Arm des Irans. So einfach ist das. Nicht weniger als zwei Flugzeugträger-Einsatzgruppen wurden im östlichen Mittelmeer eingesetzt. Dennoch hatten diese Maßnahmen nicht die gewünschte Wirkung, wenn sie überhaupt eine hatten. Die Hezbollah hat seitdem ihre Taktik geändert. Sie versucht nun, der... Ja, das ist nur möglich. Jetzt muss ich dann doch die... Trigger-Warnung. ...israelischen Bevölkerung im Norden des Landes Schmerzen zuzufügen und die Zivilisten dazu zu ermutigen, das Gebiet dauerhaft zu verlassen. Indem sie den Norden Israels instabil und unsicher macht, macht die Hezbollah die Region nach und nach unbewohnbar. Was zwischen Israel und dem Libanon vor sich geht, ist auf jeden Fall ein Zermürbungskrieg. Es ist ein Test, wer am längsten durchhält und wer die größten Schmerzen ertragen kann. Diese Karte, die mit Daten der gemeinnützigen Organisation ACLED erstellt wurde, zeigt die grenzüberschreitenden Angriffe von Oktober 2023 bis März 2024. Die blauen Kreise stehen für israelische Angriffe, die orangefarbenen für Angriffe der Hezbollah. Je größer der Kreis, desto mehr Angriffe fanden in der Nähe statt. Es ist übrigens ganz interessant, dass hier die Angriffe auf israelischem Grund und Boden laufen. Hier auch. Also sie verteidigen ihren eigenen Grund und Boden. Hier ist ja die Grenze. Und hier, das ist alles Hezbollah-Gebiet. Also hier haben wir so gut wie keine Zivilisten in diesem ganzen Grenzgebiet. Das ist alles militärisch durch die Hezbollah kontrolliert. In der Nähe von Kiryat-Schmonar hat die Hezbollah 62 Angriffe durchgeführt. Im nahegelegenen Margaliot gab es 56 Angriffe. Weiter nördlich, in den Sheba-Farmen, gab es... Also genau hier, Kiryat-Schmonar, dem ganzen Gebiet, da war Tom und ich unterwegs. 43 Angriffe, während Shatullah und Aramsha im Süden jeweils 43 und 39 Angriffe der Hezbollah erlebten. Israel hat stark und gleichmäßiger zurückgeschlagen. Die libanesische Stadt Aita al-Shaab hat 190 israelische Angriffe erlebt und in Hula gab es 143 Angriffe. Noch weiter westlich wurden Ras al-Nakura, Alma-Ash-Shaab und Tir-Harfa 154, 134 bzw. 139 Angriffe zum Opfer. Es ist überflüssig zu erwähnen, dass die gesamte Region durch den Fleischwolf gedreht wird. So sehr, dass die israelische Regierung die Evakuierung von Gemeinden entlang der libanesischen Grenze angeordnet hat. Ja, es bringt ja auch sonst nichts. Es ist ja viel zu gefährlich für Zivilisten. Uns haben sie ja für absolut geisteskrank erklärt, die IDF-Soldaten, als wir da mit dem Mietwagen unterwegs waren. Etwa 60.000 Israelis haben ihre Häuser verlassen und die gesamte Zone ist für Zivilisten gesperrt. Gleichzeitig haben am anderen Ende der Grenze mehr als 90.000 Libanesen ihre Sachen gepackt und sind nach Norden gezogen, weg aus dem Kreuzfeuer. Das Leben ist unerträglich geworden. In den letzten Monaten haben israelische Zivilisten aus den Städten im Norden jedoch immer lauter gefordert, dass die Regierung von Netanyahu praktische Schritte unternimmt, um sie in ihre Häuser zurückkehren zu lassen. Und die amerikanische Diplomatie scheint keine Idee mehr zu haben. Die Lücken in den Verhandlungen werden als unüberwindbar angesehen und so bleibt nur noch der Krieg. Daher sprechen israelische Militärs nun lauter und häufiger von einer Bodeninvasion im Libanon. In seiner letzten Videobotschaft sagte Hezbollah-Führer Hassan Nasrallah, dass seine Armee im Falle eines Krieges ohne Einschränkungen, ohne Regeln und ohne Grenzen kämpfen würde. Das machen sie doch eh. Frauen und Kinder umbringen und vergewaltigen ist doch die klassische Taktik, ohne Regeln. Kriegsverbrechen nach Kriegsverbrechen. Allein jeder Angriff auf Zivilbevölkerung in Israel sind Kriegsverbrechen. Aber da schaut ja die Welt weg. Es sind ja nur Juden, die getroffen sind. Dann ist es nicht so schlimm. Und die Hezbollah ist ein zweiter IS. Es ist wirklich sehr, sehr pervers, wie doppelmoralisch die Leute da unterwegs sind. Was man Israel vorwirft. Israel ist schuld, dass sie sich selbst verteidigen. Wenn dann die neuesten Horror-Stories aus Gaza werden dann berichtet, die sich dann zwei, drei Tage später als Fake News herausstellen. Aber das interessiert ja dann keinen. Die Stimmung ist angespannt. Sollte es zu einem bewaffneten Konflikt kommen, würde dieser sich wie ein Feuersturm ausbreiten, der alles auf seinem Weg verschlingt. Ein Kampf gegen die Hezbollah würde einen langen und komplexen Konflikt erfordern. Israel ist nicht darauf vorbereitet, einen solchen Krieg zu gewinnen. Zugegebenermaßen ist Israel in allen Bereichen der Staatskunst überdurchschnittlich gut aufgestellt. Das Land verfügt über ein robustes Militär, das uneingeschränkten Zugang zum amerikanischen Arsenal und zur amerikanischen Rüstungsindustrie hat. Israel besitzt außerdem ein riesiges Arsenal an Raketen und Flugkörpern. Ja, aber dann braucht es halt Hilfe. Am Ende haben die Länder wie z.B. Jordanien ja auch Interesse, dass hier endlich mal Ruhe ist. Jordanien hat ja auch überhaupt keinen Bock mehr auf diese ganzen palästinensischen Terroristen. Das Land stellt zahlreiche Marschflugkörper und ballistische Raketen her. Diese können Ziele im Iran treffen, ganz zu schweigen vom benachbarten Libanon. Anti-Radar-Raketen wie Delilah haben eine Reichweite von bis zu 300 km. Lora-Raketen können bis zu 280 km weit fliegen und Artillerie-Raketen wie Extra haben eine Reichweite von 150 km. Luft-Boden-Raketen wie Popeye Turbo haben eine Reichweite von über 200 km, während die Antischiffsrakete Gabriel bis zu 400 km weit fliegen kann. Das alles sind Waffentypen, die Israel problemlos im eigenen Land und in großen Mengen herstellen kann. Mit diesen Systemen kann Israel den Libanon in kürzester Zeit erreichen. Die vollständige militärische Überlegenheit, die der... Aber das ist der große Unterschied und deswegen hat das dieser Hisbollah-Chef ja auch gesagt. Sie kämpfen ohne Regeln. Und das ist bei der IDF ja anders. Die IDF hält sich an das Völkerrecht, an Kriegsrecht und nimmt nicht Zivilisten als Ziel. Und die Hisbollah sagt, es ist uns aber egal, wir brauchen darauf keine Rücksicht nehmen. Wir töten alles, was irgendwie jüdisch aussieht. Das ist deren Kriegstaktik und das ist ein enormer Vorteil. Wenn Israel genauso handeln könnte wie die Hisbollah, dann wäre die Hisbollah morgen geschlagen, weil sie einfach den gesamten Süden des Libanons menschenleer radieren würden. Machen sie aber nicht. Das israelische Militär drei Jahrzehnte lang genoss, ist jedoch seit Jahren dahin. Die Hisbollah, die einst als eine schlecht ausgerüstete militante Gruppe galt, die gelegentlich Bombenanschläge und kleine Überfälle verüben konnte, verfügt heute über Fähigkeiten, die den professioneller staatlicher Streitkräfte entsprechen. Ihre Truppen umfassen etwa 100.000 Soldaten, von denen die meisten in Syrien kampferprobt sind. Die Kämpfer der Hisbollah sind wie eine Armee ausgebildet und wie ein Staat ausgerüstet. Sie verfügen über einen großen und vielfältigen Vorrat an Raketen und ballistischen Raketen, sowie über Luftabwehr, Panzerabwehr und Schiffsabwehrraketen. Einige dieser Waffen stellen eine echte strategische Bedrohung für Israel dar. So hat die Fajr 5 eine Reichweite von 75 Kilometern, die Kaibar eine Reichweite von bis zu 100 Kilometern und die Seltsal 2 Rakete eine Reichweite von 210 Kilometern, mit der Ziele bis in den Großraum Tel Aviv angegriffen werden können. Dies ist das Herz Israels, der Ort, an dem sich ein Großteil der Wirtschaft und der Industrie des Landes befindet. Und genau deswegen möchte Israel auch diese Gebiete hier, Judea und Samaria, genannt Westbank oder Westjordanland, auch mit unter Kontrolle haben. Jetzt gibt es ein Gutachten des umstrittenen IGH, unter Vorsitz eines als Antisemit bekannten Richters. Und die verurteilen das. Aber was passiert, wenn Israel hier nicht eine gewisse Kontrolle hat? Dann hast du das ganze Theater, was du an der Grenze zu Gaza hast oder zum Libanon, hast du hier. Dann wird Tel Aviv ausgelöscht. Komplett ausgelöscht. Diese drei Raketen sind übrigens iranischen Ursprungs. Insgesamt setzt dieses Arsenal an Raketen, die... Ihr seht es ja hier. Das hier ist das Gebiet, was die Hisbollah aktuell angreift. Und hier ist die Einflugschneise des Flughafens Tel Aviv. Der geht ja hier über das Gebiet. Hier, die Flieger kommen ja hier übers Mittelmeer und kreisen hier und landen. Hier ist ungefähr der Flughafen. Das heißt, dann hast du hier ein Waffenarsenal und das wird unter Dauerbeschuss. Da bringt auch der Iron Dome überhaupt nichts mehr. Du hast dann zehntausende tote Juden. Hunderttausend vielleicht. Und dementsprechend haben sie natürlich ein Interesse, dort eine gewisse Kontrolle drin zu haben. Das muss man jedem Staat zugestehen, solange nicht dauerhaft Frieden ist. Und solange davon noch eine Gefahr ausgeht hier, wäre jeder absolut geisteskrank, das zuzulassen. Aber darüber wird dann auch nicht geredet. Dann wird dann immer gesagt, ja, Apartheid dann dort und Besatzung. Ja, aber warum? Das ist doch nicht aus Spaß. Klar, wir können über die Siedler diskutieren. Da ist radikale Siedler geisteskrank. Da habe ich ja auch ein Video darauf reagiert zu einem. Die klammern wir aber mal aus. Darüber, das ist einfach unsinnig. Das wird auch immer gerne als Vorwand genommen. Die Siedlungspolitik, die problematisch ist. Aber wir gehen noch um das Grundproblem. Reden wir noch mal über das Grundproblem. Das Grundproblem ist, dass die Gefährdung der Existenz des gesamten Staates und welcher Staat ist so dumm, dieses Risiko einzugehen? Kein Staat würde das machen. Keiner. Keiner weltweit würde das zulassen. Nur die Juden müssen das machen, weil sie halt in den Augen dieser ganzen spinnenden Antisemiten als minderwertig angesehen werden. Denen wirft man das vor. Juden dürfen sich nicht verteidigen. Da war man ja schon sauer, dass sie im Warschauer Ghetto den Aufstand geprobt haben. Das nimmt man ihnen heute noch übel. Und den Holocaust wird ihnen auch kaum jemand verzeihen. Die Sicherheit Israels ständig unter Druck Im Jahr 2018 verfügte die Hisbola Schätzungen zufolge über etwa 130.000 Raketen und Marschflugkörper. Im Juni 2024 gab jedoch ein Beamter der iranischen Kutztruppe, der die Operationen der Hisbola überwachte, an, dass die Hisbola über mehr als eine Million Raketen verfüge. Wenn dies zutrifft, und das ist ein großes Wenn, aber selbst wenn nur die Hälfte dieser Zahlen zuträfe, Ja, und da muss man schauen, wann man angreift. Früher, lieber früher als später. Wenn man die Möglichkeit hat, denn irgendwann wird die Hisbola angreifen, dann wirst du überrascht. Du musst die Zügel in der Hand haben. Und da brauchst du Partner. Jordanien, die Briten, die Franzosen, die Amis. Und hoffentlich die Deutschen. Wäre dies ein massiver Kapazitätszuwachs, der zuvor nicht festgestellt wurde. Zum Vergleich, ein Vorrat von einer Million Raketen ist umfangreicher, als der, den ein durchschnittliches NATO-Mitglied besitzt. Selbst der hochmoderne israelische Iron Dome wäre überfordert, wenn die Hisbola alles auf einmal und überall abfeuern würde. Ein umfassender Krieg zwischen der Hisbola und Israel wäre jedoch für beide Seiten verheerend. Das ist nach acht Monaten konventioneller Auseinandersetzung im Gazastreifen glasklar. Die Hisbola ist sich bewusst, dass im Falle eines umfassenden Krieges der gesamte Libanon zerstört würde und zehntausende Menschen ihr Leben lassen müssten. Doch auch Israel ist sich bewusst, dass das, was es in den vergangenen Monaten im Gazastreifen erlebt hat, ohne all seine Ziele zu erreichen, nichts im Vergleich zu einem Krieg mit der Hisbola wäre. Was den Konflikt mit der Hisbola so komplex macht, ist seine tief verwurzelte Natur. Wie die Hamas sind auch die Hisbolarkämpfer tief in der Zivilbevölkerung des Libanon verwurzelt. Taktische Stützpunkte sind oft dezentral im Herzen Städte. Ja und jetzt seht ihr mal, das sind die Stützpunkte der Hisbola und dort waren die Angriffe Israels. Und hier sind die Golanhöhen und die kann Israel ja auch nicht abgeben. Das wäre ja auch genau das gleiche Problem. Die schützen sie. Ohne die Golanhöhen ist die gesamte Region bis Haifa schutzlos. Und wer also jetzt Israel vorschlägt, auch das hier zurückzugeben, also wirklich, das ist absolut krank. Absolut krank, der Vorschlag. Taktischer Gebiete angesiedelt. Israel hätte Schwierigkeiten, militärische Ziele zu finden und zu zerstören, genauso wie es in Gaza der Fall ist. Da der Libanon jedoch viel größer ist als Gaza, bedeutet die städtische Verwurzelung der Hisbola, dass sie auch langfristig in der Lage wäre, israelische Ziele wirksam anzugreifen. Der einzige Weg, diesen Vorteil zu beseitigen, wäre, libanesische Städte wahllos aus der Luft zu bombardieren und dann Bodentruppen einzusetzen, um die strategischen Standorte zu besetzen. Ja, und das würde man Israel wieder übel nehmen, dass sie sich so verteidigen. Weil sehr viele Zivilisten ums Leben kämen. Viele sind schon geflohen, aber viele kämen ums Leben. Aber wer ist dran schuld? In dem Fall, klar, der Angreifer, die Hisbola. Das würde eine gewaltige Menge an Schaden anrichten. Es wäre wie der aktuelle Gaza-Krieg, nur in einem viel größeren Maßstab. Im Gazastreifen konnten die israelischen Streitkräfte schnell vorrücken und die oberirdischen Verteidigungsanlagen der Hamas durchbrechen. Unter der Erde ist dieser Plan jedoch nicht aufgegangen. Das heißt schnell vorrücken. Sie sind langsam und vorsichtig vorgegangen und haben erst mal drei Wochen sich Zeit gelassen, damit die Zivilbevölkerung fliehen kann. Wäre das in den USA passiert, wäre Gaza am nächsten Tag ein Parkplatz gewesen. Israelischen Spezialeinheiten können zwar einzelne Tunnel zerstören, aber nicht effektiv ganze Netzwerke. Daher war Israel nicht in der Lage, strategische Ziele oder hochrangige Hamas-Führer zu finden. Im Libanon wären die Feindseligkeiten um ein Vielfaches größer. Die Hezbollah verfügt über weitaus modernere Panzerabwehrwaffen und Angriffsdrohnen. Wenn die Kämpfe auf offenem Gelände stattfinden würden, könnten die Hezbollah-Truppen die israelischen Streitkräfte aus einer Entfernung von mehreren Kilometern ins Visier nehmen und vernichten. Diese Fähigkeit hat die Hamas bisher nicht besessen. Darüber hinaus verfügt die Hezbollah genau wie die Hamas über Tunnelnetzwerke, die unterirdisch durch den gesamten Libanon verlaufen. Es wird angenommen, dass diese Hezbollah-Tunnel noch umfangreicher sind als die der Hamas. Außerdem... Was? Das halte ich aber in diesem Umfang für... weitestgehend unsinnig. Wir reden hier nicht von ein, zwei Kilometern Tunnel wie in Gaza. Hier reden wir ja von 50 Kilometern Länge. Das ist doch Unsinn. Das sind doch keine Schweizer Tunnelbauer. Badtunnel noch umfangreicher sind als die der Hamas. Außerdem ist der Libanon ein gebirgiges Land, während der Gazastreifen flach ist. Es ist also keine gute Idee, in den Bergen des Libanon gegen einen bis an die Zähne bewaffneten Feind zu kämpfen, der unterirdische Tunnel besitzt. Des Weiteren hat der Iran, im Gegensatz zum Gazastreifen, der geografisch von seinen Sponsoren in Teheran isoliert ist, über den Irak und Syrien Land- und Luftversorgungsrouten in den Libanon eingerichtet, Übrigens, diese Route ist falsch eingezeichnet. Das ist kompletter Unsinn, diese Route hier. Die Route ist folgendermaßen, die geht hier durch das Schengal-Gebirge und durch Schengal, Schengal-Stadt, geht die Waffenroute mit der Khash al-Shabi und nicht diese Burgen unter Bagdad und sowas. Naja, das geht direkt in die Region Ninive-Ebene und hier rüber geht es. Also das hier ist Quatsch. Im Falle eines umfassenden Krieges zur Versorgung der Hisbolartruppen genutzt werden könnten. Israel ist nicht auf einen Bodenangriff auf den Libanon vorbereitet. Selbst wenn die Israelis in den Süd-Libanon vorstoßen würden, etwa 10 oder sogar 20 Kilometer von der Grenze entfernt, könnte die Hisbola immer noch Raketen auf Israel abfeuern. Angesichts der Nähe zwischen Israel und dem Libanon und der riesigen Waffenarsenale der Hisbola würden im Falle eines umfassenden Krieges wahrscheinlich zahlreiche israelische Städte zerstört werden. Israel würde dem Libanon aber auch massiven Schaden zufügen. Der israelische Verteidigungsminister warnte, dass der Libanon im Falle eines Krieges in die Steinzeit zurückversetzt würde. Das mag stimmen, aber die Hisbola würde dasselbe mit dem Norden Israels anrichten. Die Hisbola will das mit ganz Israel machen. Die wollen erstmal alle Juden umbringen. Mit ihrer massiven Feuerkraft würde die Hisbola Danach sind die Christen dran. Fast die gesamte lebenswichtige Infrastruktur Israels zerstören. Darunter Ölraffinerien, Luftwaffenstützpunkte und die nukleare Forschungseinrichtung, die Mona. Das ganze hin und her würde in einem weiteren brüchigen Waffenstillstandsabkommen enden, das bei den Gemeinden im Norden Israels kein großes Vertrauen wecken würde. Multinationale Unternehmen würden sich aus Israel zurückziehen. Die israelische Wirtschaft könnte von einer Kapitalflucht betroffen sein, weil niemand in ein Land investieren möchte, in dem bewaffnete Konflikte stattfinden. Israels diplomatische, wirtschaftliche und militärische Position nach dem Konflikt wäre also schlechter als zuvor. Der Preis für einen solchen Krieg ist also weitaus höher als sein Nutzen. Bisher haben Israel und die Hisbola die Eskalation im Rahmen des Möglichen gehalten und die UN-Interimstruppen im Libanon als Hintertür für den Dialog genutzt. Die Hisbola ist trotz ihrer Märtyrer-Rhetorik nicht selbstmörderisch. Stattdessen bevorzugt sie eine kontrollierte Eskalation, bei der sie ihre Aktion knapp unterhalb der Schwelle eines umfassenden Krieges hält. Bisher hat sie auf die Eskalation Israels mit Gegenmaßnahmen reagiert, um eine neue Abschreckung zu schaffen. Diese Eskalation könnte in den kommenden Monaten zunehmen oder abnehmen. Wir wissen nicht, was die libanesischen oder israelischen Politiker im Sinn haben. Aber wenn die Eskalation bestimmte rote Linien überschreitet, wenn es beispielsweise plötzlich zu einer hohen Zahl ziviler Opfer kommt, dann könnte ein umfassender Krieg unvermeidlich werden. Der einzige Weg, um einen Rückzieher zu machen, ist, dass Israel und die Hamas einem Waffenstillstand zustimmen und dann verhandeln, dass auch die Hisbola diesen einhält. Die verfügbare Feuerkraft der beiden Parteien ist zu groß, um eingesetzt zu werden. Es ist halt die Annahme, halte ich für falsch, dass man beide Seiten in irgendeiner Weise ähnlich tickend sieht. Die Hisbola ist eine Terrororganisation und hier haben wir eine Regierung, die die Bevölkerung schützen möchte. Die eskalieren und die deeskalieren. Das kommt halt nicht rüber in dem Video. Liegt es auf der Hand, dass der Frieden durch das Kräftegleichgewicht aufrechterhalten wird und nur so lange anhalten wird, wie genau dieses Gleichgewicht besteht. Das war Caspian Report. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, das Video war jetzt nicht so gut. Das war sehr lückenhaft. Es hat die wahren Probleme nicht aufgezeigt. Also, ich hoffe, ich habe das besser eingeordnet. Dementsprechend habe ich die Länge des Videos ja auch verdoppelt. Daher meinen Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, ein Like da lassen und fleißig kommentieren. Kommentieren ist wichtig. Also, ich hoffe, 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 Vielen Dank.